Saus Leute, der Vibe ist da und gerade läuft die Downtime für den Patch 0.15.00 und wir haben Patch-Lots bekommen und die haben es in sich, die sind wirklich umfangreich. Was da alles drin steht, das schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Der Patch 0.15, die Downtime wird ca. bis 16 Uhr gehen, wenn alles glatt läuft für Tarkov und Arena. Da kommen wir gleich noch zu und die Patch-Lots verlinke ich euch natürlich auch unten, wenn ihr sie selber mal durchlesen wollt. Also, das Update. This Update features a Full-Profile-Vibe. Also, es wird natürlich einen Vibe geben, wie angekündigt und dann neuer Contract Factory Rework. Factory wurde komplett überarbeitet, dazu gab es schon Bilder und ich glaube auch bewegte Bilder, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall konnten wir es schon auf der TwitchCon in Rotterdam mal anspielen. Also, sie haben letzten Endes Factory Rework, das gibt wohl den Außenbereich und sieht jetzt einfach alles besser aus. Hat man auch im Trailer schon ein paar Teile gesehen, werden wir jetzt hier nicht im Detail durchgehen, durchgehen die Punkte. Sehen wir dann in-game. Und dann den neuen Boss gibt es, Partisan. Das ist der Skev Karma Boss. Und zwar, not much known about his background. People say that he is a combat veteran and has to be obsessed with tripwired, booby-trapping. Also, Minen legt er. Since those days, he is on good terms with Jäger. He has a Kumpel von Jäger. Their goals and moral compass seems to be aligned or perhaps it's their military past binds them together. Also, Kumpel von Jäger legt Minen. Partisan holds firm to his principles in Tarkov and going after people he believes to be honorless and hunting them down. Whatever they be, PMCs or Scavs. Also, wenn man niedrige Scav Karma hat, dann jagt er einen, ob man PMC ist oder Scav. He has no ties to other local bosses. Er hat nichts mit anderen Bosses zu tun. And tries not to cross paths with them. Also, er mischt sich nicht in areas ein, wo andere Bosses sind. His view on traders are similarly negative with the expected of Jäger. Also, er mag nur Jäger. Fence standing, also Scav Karma, hat damit nichts zu tun. And cannot be increased or decreased by helping him or killing him. Also, hat Scav Karma ihn killen und hat nichts mit Scav Karma zu tun. The boss appears in forest-type locations. He is more likely to appear in a raid with low Karma PMCs. Also, wenn PMCs in einem Raid sind mit negativen Karma, dann, ja, kommt er. Dann besteht, oder umso größer ist die Chance, dass er kommt. In this case, Partisan will hunt those players down. If there are Scavs with low Karma in the raid, they will also become his targets. Also, Spieler mit niedrigem Scav Karma werden von ihm gejagt. However, any player has to be ready for the traps and expected a firefight when encountering this boss, regardless of their Karma. Also, wenn man gutes Karma hat und trotzdem an ihm vorbeiläuft, dann muss man ihm trotzdem fighten. Und er greift dann trotzdem an. Partisan prefers a stealthy approach, taking advantage of the terrain, setting traps in advance and only then engaging in open combat. The process of preparing and exploring a location takes up most of his time, while open confrontations are less frequent. When fighting against multiple opponents, he can lure one of the players to his booby traps, which he has set up beforehand. Also, es ist wohl so, er bistet sich in den Bereich ein, vermied den und kämpft dann da und lockt Leute auch wohl in seine Fallen. Mal sehen, wie das genau aussieht dann. The boss acts alone, he installs tripwires, actively uses grenades, can move quietly. Also, er macht wahrscheinlich keine Geräusche, so wie BirdEye und hat halt hier, ne, verwendet Granaten und tripwires. Und er kann the terrain and track his targets for a long time across the whole location. Also, er rennt wohl einem leise sehr lange hinterher. Ich denke mal, den würde man dann nicht los, wenn man einmal ihn getriggert hat. Und dann kommt noch wichtig hier das Karma. Edit a new hidden parameter, Karma. The Karma value changes depending on the player's actions. Generally, it can be increased by adhering to a more open playstyle and decrease for a dishonest playstyle. Also, wenn man sich mehr bewegt, kriegt ein besseres Karma. Wenn man mehr rumhockt oder unehrlichen Playstyle, dann kriegt man Minus Karma. The number of triggers can change, also das wird noch angepasst. The value of Karma will always be increasing. And the triggers themselves will be adjusted to balance further. Okay, also, da arbeiten sie noch dran, was das alles triggert. Und the value of Karma will always be increasing. Also, der Wert von dem Karma, nicht der eigentliche Wert, aber ja, spielt halt mehr und mehr eine Rolle in der Zukunft. In some cases, Karma changes can be tracked by this distinctive sound notification. Also, in manchen Fällen kriegt man wohl einen Sound in-game, wenn das Karma hoch oder runter geht bei bestimmten Dingen. Also, mal abwarten, wie das wirklich ist. Dann, sehr interessant, Map-to-Map-Travel. Also, man kann von einer Map zur anderen gehen. Und wird auch gleich mit dem Event eingeführt. The Game-Event Marathon. During the Marathon-Event, location transit will be available in the corresponding Game-Mode. Also, corresponding Game-Mode ist damit PvP gemeint. Marathon is available only in PvP. Das ist der Game-Mode. Players will receive a unique achievement. Es wird ein Achievement geben, wenn man dieses Event macht. Und wenn das Event fertig ist, wird es überall sein. Also, auch im PvE. After the event is over. Ja, hier, all available. Added the ability to travel from one location to another. To move to another location, the player must enter the transit zone. Select the appropriate option in the context menu. Es ist meistens ein Auto, so wie ich das sehe. Location transits are available after 7 minutes from the start of the raid. Also, erst nach 7 Minuten kann man von einem Raid zum anderen gehen. Vorher ist das nicht möglich. During the transit, the player will be able to transfer some of the items found in Raid, which will be moved to Stash for a certain price. Also, während man wahrscheinlich mit dem Auto oder so fährt, kann man dann Sachen in seinen Stash verschieben und dafür ein bisschen Geld zahlen. After transferring the items, the transit timer will begin. When activating the transit and transferring items, the ability to exit the current location will become unavailable and the player will be forced to use this transit. Okay, man muss wahrscheinlich eine Minute da warten beim transit und man hat dann auch keinen anderen exit. When attempting to transit in a group, players can use the transit only if a living member of the group are in the transit zone. Okay. Interessant. Also, scheinbar muss bloß einer drin sein. If several players, who are not in the same group, use the transit at the same time, they will be transferred to the next location together. Solo players can join a group and also transit to the next location. Also, es ist egal, ob man in der Gruppe ist oder Solo oder sonst was. Man kann auch theoretisch mit anderen diesen Transit nutzen. The available transit directions are marked on the dotted line in the location selection screen. Also, man kriegt ein Screen, wo man dann auswählen kann. Edit the marathon achievement for visiting all locations in one raid. Okay, man kann... Ein neues Achievement. Das ist nicht das... Ich weiß nicht, ob das das für ein Players Receiver Unique Achievement ist. Ein Marathon Event. Ob das das Achievement ist oder nochmal ein extra Achievement, wird sich dann rausstellen. Auf jeden Fall gibt es ein Achievement, um alle Locations in einem Raid abzufahren. Tripwires. Edit the Tripwire Installation Feature. Also, man kann tatsächlich als Spieler Tripwires. Minen legen. Mal sehen, wie das wird. Es wird gebalanced sein. Noch kein Grund, wirklich aufzuschreien. Es wird wahrscheinlich gebalanced sein. Edit the Tripwire Installation Feature. A single-use consumable item. The Tripwire Installation Kit is required to install a Tripwire. Also, man braucht das Tripwire Installation Kit und wahrscheinlich eine Granate. Und es kann nicht... Cannot be found in Raid. The Kit will be available for purchase after completing Jägers Taskion. Also, hinter einer Questreihe bei Jäger. Man kann es nicht finden. Man kann es nur kaufen bei Jäger, wenn man die Questreihe fertig hat. Mal sehen, wie das dann aussieht. When the item is in the inventory, the player gets access to the Tripwire Mode by using the B-Key on appropriate grenades. The grenade must be enhanced to switch to the Tripwire Mode. Okay, also man muss eine Granate in die Hand nehmen und dann drückt man in dem Fall B, der Default Bind. Muss man dann noch wahrscheinlich unmeinten. Und dann kann man dieses Kit an die Granate binden und dann kann man das irgendwie placen. The Tripwire has a minimum and maximum installation length. It can be placed on any flat or slightly inslined surface. Also, es kann eigentlich überall geplaced werden, wo es halbwegs gerade ist. Tripwires can be activated in a number of ways. By shooting the wire from a short distance. Das heißt, auch wenn man das gesehen hat, die Tripwire als Gegner, kann man das Ding zerstören. By hitting the wire with explosive shrapnel. Also, eine Granate hinwerfen geht auch. By hitting the wire with any physical object, including players, bots or items. Das heißt, wenn ein Scaf durchläuft, geht es hoch. Wenn ein Spieler durchläuft oder wenn man tatsächlich Loot hinschmeißt, geht es auch hoch. During activation, the Tripwire does not explode instantly, but with the fuse delay specific in the grenades description. Das heißt, Tripwire geht nicht direkt hoch. Man läuft nicht durch und ist tot. Sondern natürlich 3,5 Sekunden bei einer F1-Granate zum Beispiel. Oder man hat eine Impact-Granate. Die geht dann aber... Eine Impact-Granate dauert auch zwei Sekunden, bis sie hoch geht, wenn man sie einfach so zieht. Also, man hat dann einen kleinen Delay. Das heißt, dass es nicht gleich hoch geht, sondern ja, man hat halt noch Zeit, wegzulaufen. Und ist eine gute Sache eigentlich. Also, geht schon sehr in die Balancing-Richtung. Das heißt, es ist nicht so, wie sich viele vorgestellt haben, dass man durchläuft und tot ist. Das wird nicht passieren. Gute Sache, sondern der Granaten-Delay ist mit drin. Tripwires can be disarmed. To do so, approach a booby-trapped grenade and disarm it through the Context-Menü. Also, man kann es tatsächlich entschärfen, indem man hingeht und hat dann die Option. Disarming takes a certain amount of time. Having a multi-tool in your inventory significantly reduces disarming time. Also, wenn man ein Multi-Tool auf dem Special-Stort hat, geht es schneller. After disarming, you can pick up the grenade used in a Tripwire. Also, man kann die Granate dann nehmen und sie selber verwenden. Tripwires disarm on their own after a certain amount of time. An einer bestimmten Zeit sind Tripwires, ja, entschärfen sie sich selbst. Interessant. Mal sehen, wie lange diese Zeit ist, wie lange so eine Tripwire dann bleibt. Also, sie bleiben wohl nicht den ganzen Race, so viel ist sicher. Dann, B-Ports auflegen. Also, B-Ports and Weapon-Mounting, auflegen. Add the ability to mount weapons and use B-Ports. The mount, äh, to mount a weapon. Player must distribute horizontal. Also, man muss sich halt vertical, also man muss an einem, ja, horizontalen oder vertikalen Oberfläche, muss man sich befinden. Und dann Mount drücken. Ähm, V ist Default. Das kann man sich dann binden. Ähm, Recoil und Stamina werden dann reduziert. Also, äh, Stamina-Verbrauch. To mount a weapon on a B-Port, press the toggle B-Port. Äh, Control-V. Also, man hat halt bei manchen Waffen hat man vorne den B-Port. Und dann kann man mit, ähm, Control-V den ausklappen. Und, ähm, dann geht dasselbe. Also, es gibt halt die Option, an der Wand anzulegen oder einfach so anzulegen. Oder halt mit B-Ports. Und, ähm, B-Port-mounted Weapons hat man halt viel, viel besseren Recoil und Stamina und sonstiges. Mounting the weapon by prone is only available if the B-Port is installed. Also, nur im Liegen auflegen kann man nur, wenn man einen B-Port hat. Ähm, und unten gibt's wohl einen Indikator, ob man gemounted ist. Oder nicht. Dann, und, und man kriegt auch angezeigt, ob man überhaupt mounten kann. Okay. New Hidals on Gear Rack. Also, es gibt diese, äh, diese, ja, Schaufelsterpuppen, die man, ähm, ja, anziehen kann. Und da auch komplette Presets runterziehen kann. Haben wir schon gesehen, ähm, ähm, im Podcast und auf Twitter. Each level adds a mannequin which can be used to display any gear equipped on your PMCs. Drei Upgrade Levels gibt's in diesem Ding. You can equip gear from the mannequins or extension gear already equipped with your PMC. Also, man kann's auch direkt, ne, was man anhat. Und das, was auf der Puppe ist, einfach direkt switchen. Pouch Items und Splash Shots Items, ähm, sind davon nicht betroffen. Mannequins Gear is displayed in the list of kids window. You can equip a kid from a mannequin there. Okay, man hat also so ein Auswahlmenü, wo man das sieht. Neue Hideout Zone. Cultist Circle. Das ist so, ja, so eine Gamble Zone, ähm, wo man irgendwelche Rezepte, ja, köcheln kann. Mal schauen. The new cultist circle is located outside the main hideout, okay. You can sacrifice up to 5 Items, also man kann da 5 Items hintun und die werden geopfert. Und, ähm, the value of each sacrificed item is added up. To, äh, total determines the value of Items received as a gift from the cultist. Also, man kriegt dann irgendwas zurück, wenn man was geopfert hat. Und, äh, ja, das ist halt, da gibt's wahrscheinlich spezielle Kombinationen, die man dann machen kann und, ähm, kriegt dann spezielle Sachen zurück. The cultist cannot deliver Items while you are in the hideout. Ähm, okay. Die cultisten kommen nicht, während man in dem hideout ist, also man sieht sie dann nicht herlaufen. The value of a single sacrifice is above a certain threshold. If, äh, there is a 25% chance to receive Items needed for active tasks in unfinished hideout zones. Ah, man hat eine 25%ige Chance, dass man, ähm, Sachen kriegt für aktive Quests. Das heißt, wenn man ein Quest-Item besucht, kann man da Sachen, äh, opfern und kriegt mit 25%iger Wahrscheinlichkeit das Quest-Item. Also, interessant und genauso für unfinished hideout zones, ne, wenn man halt viele Quests offen hat und hideout zones dann, ja, ähm, 25% verteilt sich dann auf all das. Mal schauen, mal schauen. The value of a sacred item is further increased by the bonuses from sacred amulet hideout management skills. Also, das Amulet, was man vom Lightkeeper bekommt, verbessert es. Und hideout management skill ist, ähm, betrifft es auch. Oder, äh, verbessert es auch. Players who have purchased the unheard edition left the coldest circle built instantly. Oh, mit der unheard edition hat man dieses Ding sofort und kann das, ähm, von Anfang an nutzen. Interessant. Dann, ähm, das AI Enemy Reaction System. Also, sie haben halt AI verbessert, äh, nämlich mal an. Added Variations in AI Behavior für, ähm, spotting another AI Player in the PvE Mode. Okay, possible reaction instantly aggression. Also, ähm, AI gegen AI in PvE, total friendliness, friendly unless shown aggression, instantly aggression, äh, warning and attacking, äh, neutral unless shown aggression. Ähm, sie haben halt sozusagen Mut, sie haben, äh, sie haben Stimmungen. Okay, ist jetzt PvE und es kommt wahrscheinlich auch später im PvP, das, äh, decision, okay. Geht rein um, äh, erst mal PvE um, äh, äh, um AI, wie die sich gegenseitig angreifen oder eben nicht. Da gibt es jetzt hier fünf, fünf Optionen und später auch wahrscheinlich im PvP. Äh, äh, Faction Interactions will be implemented and balanced further in, äh, in both PvE- und PvP-Modes. Okay. Dann neue Waffen, ähm, und Equipment und Loot. Die Uzi wird es geben in 9x19, dann wird es die SR-3M in 9x39, äh, Compact Assault Rifle geben. Das ist, ähm, wieder mal so eine AS-Wall, also hier AS-Wall-Kaliber. Desert Eagle wird es geben in drei, äh, zwei Kalibern. In 50-Cal, Punkt 50-AI, Action Express, glaube ich. Und 375, ähm, Magnum ist es, glaube ich. Also auf jeden Fall gibt es die Deagle in 50-Cal, das ist das Interessante. Also neues Kaliber wurde eingeführt. Und dann gibt es hier die M60 in 762x51. Dann außerdem Updated Weapon Models, äh, die wurden überarbeitet. Ähm, AS-Wall, Winterrest, die Kedder, die Kedder und die Klin, ähm, wurden die Animationen und so weiter überarbeitet. Da gab es auch schon Videos zu. Neues Kaliber, 50, äh, .50, äh, Action Express für die Deagle. Dann neue Amos, gibt es vier verschiedene. Mal sehen, wie die dann sein werden. Können wir jetzt ja in Game sehen. Ähm, weitere Waffen-Improvements. New Weapon Attachments, Adjusted the functionality for Pistol Grips. Bei der Makroff-Pisole, okay. AUG A1 und AUG A3 haben jetzt, ähm, Operating Gas Piston, das man sieht, okay. Added some, äh, Animations, ähm, okay. Äh, updated the Granite Animations, okay, neue Granaten-Animation, added a new type of Equipment, Armor, Helmets und so weiter. Also, neue Armor, neue Helme, neue Options für Character Customization müssen wir uns dann in Game anschauen. Und, ähm, dann Quality of Life Improvements. Hier kommt was Interessantes. Optics Zoom Adjustment, also variabler Zoom. Added the ability to smoothly adjust zoom in the following optics. Also, bei allen Scopes wahrscheinlich. Und, ähm, Alt, Scroll Up, Scroll Down ist, ähm, zum Rein- und Rauszoomen. Standard Bind, okay. Und da muss man einiges in den Binds dann machen. Also, Smooth Zoom oder Variable Zoom ist jetzt im Game. Man kann einfach rein- und rauszoomen, stufenlos und nicht nur umschalten. Mal sehen, ob es das Umschalten trotzdem noch gibt. Das bleibt abzuwarten. Ähm, außerdem gibt es ein Granatenmenü. Selecting Granite with G. A new icon in Hotkey is available. Und man kriegt dann so ein Menü, wo man die genaue Granate auswählen kann, welche man werfen will. The Dropdown List is displayed only unique grenades with their respective quantities. Okay. Flashlight in Tactical Device Operation Mode. Added the ability to activate Tactical Device and Flashlight by pressing and holding a Hotkey. Okay. Holding. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann auch wirklich eine Animation ist. Also, man konnte ja Flashlights und Tactical Devices vorher schon an- und ausmachen. Mal sehen, wie das dann ist. Man kann es jetzt auch halten. Okay, vielleicht ist das gemeint. Mal schauen. Manual Value Entry in Game Settings. Also, man kann jetzt einfach eintippen, welchen Value man haben will. Hotkey. Also, bei Einstellungen. Hotkey Adjustment. Updated the sorting order of Hotkeys in the Control Settings. Okay. Sie haben ein bisschen bei den Controls die Ordnung verändert. Balancing Changes Simplified. The Objective for Task. Setup and Long Road. Also, Setup wurde verändert und Long Road. Mal sehen. Vielleicht sind es keine 15 Kills mehr. Bleibt abzuwarten, was damit gemeint ist. Es wurde auf jeden Fall vereinfacht. Simplified. Diese zwei Quests. Completely removed trade offers for Classics Body Armor. Das ist wichtig. Plate Carriers, Ballistic Blades and Helmet Modification from Traders. These Items can only be found in Raid. Also, 6er Body Armor ist nur noch found in Raid. Kann nicht mehr gebuttert, rated werden oder ähnliches. Und ja, man kann die 6er Platten nur noch finden. Das heißt, das ist wirklich guter Loot. 6er Body Armor ist auch sehr stark. Wie man auch zum Schluss gesehen hat. Von daher finde ich das voll okay. Change the availability of ammo on the flea market. Genau, all ammo with less than 42 Penetration is allowed on the flea market with a few expectations. Also, jede Muni mit unter 42 Penetration ist jetzt auf dem Flea. Habe ich jetzt gar nicht alles im Kopf, was das ist. Schauen wir uns das dann ingame an. Ich glaube, da sind jetzt ein paar mehr verfügbar, wenn ich das so richtig deute. Und ja, es gibt ein paar Ausnahmen. Also muss man sich dann anschauen, wie es dann am Ende wirklich aussieht. Increase the Damage of 762 mal 39, 545 mal 39 und 9 mal 21 Calibers. Also AKM bzw. Mutant und RD704 und die 545er AKs wurde der Damage erhöht. Das ist gut. Vielleicht rutschen die wieder ein bisschen mehr ins Meter. Slightly reduce the Damage of some 556 Kaliber. Einige 556 Kaliber wurden oder Ammos wurden reduziert. Okay, mal sehen, hoffentlich nicht die Meta-Amo, weil 556 macht allgemein schon recht wenig Ammo. Aber ja, Technical Changes, Equipment Clipping. Also es gibt kein Clipping mehr, wenn man irgendwas anhört, dass das durcheinander durchklippt und so weiter. Waren die Kita sehr stolz drauf auf Twitter. Das ist jetzt ingame. Animations, rework the animation, playback system, increase the accuracy of first and third person synchronization. Also Animationen für first person und third person ist jetzt mehr akkurat. Ihr kennt das vielleicht, dieses Waffe hochgehen, was man in der third person immer sieht, wenn einer getroffen ist. Das ist jetzt vielleicht weg, weil in der first person hat man das ja gar nicht. Optimized Left Shoulder Animations for more smoothness. Also wenn man auf die linke Schulter geht, haben sie die Animationen überarbeitet. Add a special door interaction animations. The number of interactive objectives animations will increase further for the special door interaction animations. Also mit Türen öffnen und so weiter und vielleicht auch aufschließen und so. Da haben sie die Animationen überarbeitet. Das ist gut. Graphics, redesigned the weather condition display system in the player's client fix the bugs were led to unpredictable weather conditions in the raid in certain cases. Also Wetter, Wetter system überarbeitet. Cloud visuals überarbeitet. Clouds react to weather changes more drastically. FSR 3.0 gibt es jetzt. Interessant, interessant. Das hat auch Frame Generation, wenn ich mich nicht täusche. Remove support for FSR version 1.d. Also 1.0 FSR fliegt dafür raus. Aber 2.0 geht eh auf jeder Grafikkarte. Switch the in-game season to summer. Also es gibt jetzt wieder Sonne mal Wetter. Sound. Sound wurde überarbeitet. Ganz schön lange Liste hier, ne? Ganz schön lange Liste. Improved the environment sound system developed a component that tracks the position and rotation of listeners and moves the source along a predeterminated curve. Changing not only the position of the source, but also changing the exposure angle. Okay. Also ambient sound more natural, sag ich jetzt mal. Implemented a large number of different sound sources to enhance immersion. For example the flow of water through the pipes on factory. Also man hat jetzt viel mehr ambient sound. Sachen machen viel mehr Geräusche. The rats running in the vents, Wasser in the factory fleece in den Rohren and many small details that are randomly played in the specific points from the fall of pebbles to the interference of electricity in the generators and the air coming out of the boilers. Also viel mehr ambient sound, viel mehr kleine Details auf der Map, die jetzt Sounds machen. Kann der eine oder andere als nervig empfinden, aber ich denke mal das wird gut. The sound system performance optimization, occlusion calculation, algorithm adjustments. Also das ist das wichtige Zeug. Transfers the whole algorithm to multi-threaded calculations. Also das ist ein Performance Update. Es gibt jetzt multi-thread. Also hier nicht nur multi-threaded calculations. Multi-core use, keine Ahnung. Ist eine Optimierung. Finalize the search and calculation of the angle between the source and the listener. Finalize the search and calculation. Sound wurde verbessert. Was das jetzt genau heißt. Ah, schwer zu sagen. Müssen wir dann in-game reinhören. Improve the use of depth to determine its effect on the sound. Ich denke mal, das ist alles auch der vertikale Sound und sowas, der hier verbessert wird. Improve the curves tuning, which is responsible for volume decay and sound propagation in complex geometry locations. Also, vertikaler Sound lese ich hier auch wieder raus. With these adjustments, the overall sound is smoother. With a better grasp of the sound source location. Also, sound ist smoother und man kann es besser. Mal sehen, wie es sich dann anhört. Also, sie haben da was an den Compressor-Channels gerne. Edit the splitting of sounds, subgroups and increase the number of customer parameters for control. Ja, okay. Sie haben die Parameter für die Headsets aufgesplittet für mehr Kontrolle, wie man die balancen kann. Adjusted the frequency response, noise reduction level, compressible levels as well as technical specification. Okay, sie haben die Headsets überarbeitet. Recorded the real active headsets that are used in the game. The sound of shooting and environment sound in them. The position of the sound, distance awareness. Active headset neue, ne? Also, sie haben wohl nochmal alle Headsets auf, nochmal alles neu recorded. Wenn ich das richtig sehe. All headsets have their own unique equalization, resulting in a different sound for all headsets. Jedes Headset klingt jetzt anders. Ich denke, dass allgemein die Headsets auch anders klingen. Anti-cheat-update. Protection against exploit, loot on players location using forbidden software. Exploits related to network synchronization. Alles klar. List of changes, visual bugs, incorrect status of the DSPD transmitter und so weiter. Da kommt noch ein Haufen Fixes. Die lese ich jetzt nicht mehr alles durch. Die Liste war schon echt lang. Das waren, glaube ich, die längsten Patchnotes überhaupt. Und, ähm, ja, hier könnt man ja mal in die Comments schreiben, was euch noch aufgefallen ist. Was hier wirklich ein bisschen fehlt, ist das Engine-Update. Davon habe ich nichts gelesen. Und, ähm, keine Ahnung, ob das jetzt doch nicht mit drin ist oder ob sie es einfach bloß nicht erwähnt haben. Ich weiß es nicht, aber das Engine-Update hatte ich eigentlich erwartet. Es wurde ja auch auf dem ETS getestet. Ist es aber noch nicht drin. Ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt mal ja in die Comments schreiben, was euch da aufgefallen ist. Was fehlt, was ich vielleicht übersehen habe, es war jetzt echt viel. Und, ähm, wir schauen uns auch nochmal kurz die Arena-Patchnotes an. Und zwar, Arena wird nämlich auch mit gewibed, der Patch 2.00. Da gibt es auch einiges Interessantes, da werde ich jetzt nicht alles durchlesen. Ähm, der Update-Feature, also es wird alles gewibed. Ähm, äh, Player-Up wird resettet, außer wenn man über 2000, unter 2000 war, wieder 1500 ab. Und wenn man über 2000 war, ist man wieder bei 2000. Custom-Preset-System. Man kann seine Presets jetzt komplett, ähm, customisen. Und dazu haben sie hier einiges geschrieben. Es wird Start-Up-Preset geben. Dann, äh, wird's sammel-, äh, Collectible-Presets geben, trotz alledem. Das Tier-List-System wurde komplett entfernt. Class-System, CQB heißt jetzt Enfercer, Armory und so weiter. Das Wichtige ist, Weapon-Progressing-System, da schreiben sie viel dazu. Ist auch wieder eine richtig lange Liste. Aber man kann jetzt auch von Anfang an Arena und Tarkov, also man kann über Arena direkt leveln. Das heißt, wenn Arena live geht, könnt ihr direkt einfach, ähm, da Arena spielen und ihr kriegt XP und Rubel für Tarkov. Und, ähm, das wollten sie eigentlich so machen, dass Arena um 13 Uhr schon da ist. Dann hätte man auch schon in Arena leveln können und dann Tarkov, wenn es um 16 Uhr online kommt, ähm, hätte man dann schon einen kleinen Vorsprung. Das ist jetzt nicht so. Arena und Tarkov kommen gleichzeitig um 16 Uhr online oder, wenn es dann noch verschoben wird, dann, ähm, ein bisschen später. Und, ähm, ja, das waren die Patch-Lots von EFT für Patch 0.15 und für Arena für Patch 0.2. Und, ähm, das war echt eine lange Liste. Und wie gesagt, schreibt mir in die Comments, ähm, was euch dabei aufgefallen ist. Und ich bin natürlich dann später live, wenn der Patch live, äh, wenn der Patch dann live ist. Und, ähm, ja, könnt ihr ja gerne auf Twitch vorbeischauen. Ich bin da nahezu täglich live und werde das Patch sehr oft. Und, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mal ein Follow da lasst. Link dazu unten in der Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, wie gesagt. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again.